Seit Anbeginn der Zivilisation haben wir große Fortschritte gemacht. Doch sie hatten ihren Preis. Unsere Welt hat sich verändert. Wir können nicht mehr leugnen, was offensichtlich ist. Unsere Zeit auf der Erde ist begrenzt. Also richten wir den Blick nach oben, zu den Sternen und wagen die größte Reise in der Geschichte der Menschheit. Wir reisen ins Unbekannte. Wir entdecken eine neue Welt. Eine neue Heimat. Ein Neubeginn für die Menschheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir�니다. Untertitelung des ZDF, 2020